So, erste Runde mit Ersatz für Buddy, den Sneaky. Der ist aber gerade gemutet. Was? Ach, jetzt ist er nicht mehr gemutet. Hi Sneaky. Sag Hallo YouTube. Wieder gemutet. Ne, ist er nicht. Schüchter. Nicht gemutet. Dann habe ich irgendwas verpasst. Naja, du solltest nur Hallo YouTube sein. Oh, Hallo YouTube. Boah, ich schlag gerne. Ich mach's trotzdem. Oh. Von da oben. Wollen wir gucken, dass wir Richtung Groschalkamp. Ja, komm mal. Und schon wieder Nebel, ne? Ja. Dann wird es ja spaßig. Wird erstmal spaßig zu wissen, ob ich so weit komme. Kann aber auch sein, dass die vorher Schule gehen. Heiß, Niki. Hallo. Ich gebe mal eins weiter. Geh einen runter. Ja, das ist Schule, oder nicht? Wo da geballert wird. Ja, oder die Sozialblöcke. Ja. Ja, die Ecke halt. Vielleicht sind die alle da hinten runter. Ich habe einen Kompensator für MP. Okay, jetzt kann es nur noch gut werden. Das zeige ich zwar bei allem, was ich finde als erstes, aber... Einfach mal nix. Hat schon jemand eine Waffe? Äh, AKM. Ja, ich auch. Direkt im ersten Zimmer. Ja. Würde ich auch nehmen. Lass mich mal auch sowas fürnnen. Einen Rucksack. Einen Rucksack. Einen Rucksack habe ich auch noch nicht. Komisch. Ich muss es nur sagen. Jetzt habe ich einen Rucksack. Ich muss es nur sagen. Beim Rucksack funktioniert es. Okay. Wir haben eine Schrotzer. Habe ich mir zwar anders vorgestellt mit der geilen Waffe, die ich finden will, aber... Oh Gott. Hier liegen Unmengen von Verbänden rum. Ich habe keinen Rucksack. Aua. Parkier das Haus mal. Ah, falls du nochmal zurückkommen willst. Verbände habe ich mir angewöhnt, nehme ich 10 bis 15 mit und dann... Das ist gut. Ja. Ohne Rucksack hast du nicht so viel Ball. Das möchte ich. Bei Nebel finde ich natürlich einen 8-fach-Scope. Ah, ja. Kannst du sehr viel mit überblicken. Ich glaube, beim Nebel über 4-fach brauche ich nicht, ne? Selbst das ist schon. Ja. Toll. Immer noch nichts. Was ist denn das? Noch ne Schrotze. Noch ne Schrotze. Kleines Gewehr oder so. Ja. Das ist schon besser. Na, AKM! Siehste? Hat doch nur auf mich gewartet. Schalldämpfer ist er. Wir haben auf jeden Fall ein Auto hier oben. Ja. Ist schon mal gut. Jetzt müssen wir uns bloß auch safen, ne? Aber ich glaube, hier sind keine. Jetzt hätte ich schon längst irgendwas gehört. Ja. In der Zone sind wir. Ach, du bist oben die Reihe jetzt lang, ne? Ja. Hier ist auch nochmal ein Rucksack. Ich habe hier ein 2er. Ein 1er habe ich hier. Ne, ein 1er. 2er habe ich selber noch nicht. Feuer liegt hier bei mir. Bei mir ist das Spielwerk gestützt. Oh. Gleich nochmal starten. Gleich wieder rein. Ist ja im Moment noch recht ruhig hier. Schnell gelootet, ja? Zu schnell gelootet, ja. Ich kam das Spiel nicht mehr mit. Noch lebst du. Wenn du tot bist, sage ich dir Bescheid. Ja, ich muss leider Steam neu starten. Ich habe das Problem wie du ihn. Okay. Ja. Ja. So. Dann schauen wir hier mal. Ich glaube, erste Hilfe habe ich gut. Oh, die sind nicht close. Ich habe noch schon eine Zweitwache und ich bin zufrieden. Ich habe immer noch Federmeldungen. Echt? Echt? So scheiße. Ah, da wirst du. Hier ist noch eine M4, wenn jemand möchte. Eine M4? Oh ja. Genau. Genau. Wenn ich mich nicht. Mal einmal durchkommen. Okay. Laut Steam bin ich immer noch in Players drin, deswegen bin ich nicht neu starten. Deswegen Steam neu. Okay. Habe ich. Okay. Ich habe es komplett über den Task Manager geschlossen. Okay. Ja. Ja. Natürlich nichts für. Ja. Komm nicht rein. Hm. Ja. das ist jetzt komplett weg kannst du theoretisch noch mal beides zu klosen mit allem drum und dran das nächste was ich machen kann dass du noch ein pc neu starten das wäre zur not an er macht ihr weiter in die zone kommt mir ich komme nicht rein hattest du unten die m4 oder die am 16 mitgenommen ich habe die am 16 ich werde mich dann mal kurz verabschieden user disconnected from the channel dann noch hat er mit der zone ja und ich hoffe ich vorbei auch か Ich geh Lagerhalle, ne? Ja Oh ja, schön, wenigstens Muni 3er Rucksack Was hast du für Versachen? Ich hab jetzt eine M4 und eine M16 8 auf Scope, 5 Erste Hilfe Koffer 2 Paid Killers und Energy Wenn wir einen Sniper finden würden, ne? Hätte ich die ganzen Sachen für Wohl, ne, einen Wangenpolster hätte ich nicht, aber ansonsten hätte ich auch alles für Ah, das hab ich auch gerade irgendwo liegen sehen Ich nehm ja zur Not immer erstmal die Sachen mit Weil sonst denke, die kriegst du nie wieder Ja, ich hatte nur keinen Platz damit zu nehmen, ne? Ja Ja, ansonsten die Ausstattung nicht schlecht Also ich hab vier Versuche Auf meiner M16 Ja, das ist schon mal besser als der Achtfache Ja Also gegen erweiterte Schnellwechselmagazine würde ich nichts sagen Aber ansonsten bin ich gut ausgestattet, glaube ich WB Sehr gut Also noch spielt die Zone für dich Weichstatt Weichstatt hat geholfen Das ist gut Ja, der zeigt dir auch an, dass du wirklich aus dem Spiel raus passt Bisschen mehr Muni könnte ich noch haben Ja, ich auch Aber ansonsten Ach, du bist ja auch oben im Haus, dann bist du ja sogar noch einigermaßen zähl Und hier waren wir überall Ja Das ist das Lager kann ich mal gebrauchen, ne? Hier, kannst du gebrauchen? Äh, ne, hab ich bei Fren Ähm Aufsätze hast du Dein Achter und Rappert Okay Ich hab nämlich zur Not noch ein Hodo mit, falls irgendjemand gar keinen Aussatz hat Auto hattest du oben, ne? Ja Wo sind wir langgeflogen? Von da Mal gucken, ob wir ganz auf eine andere Seite wollen Mit dem Auto Lässt er dich denn wieder rein mucken, oder? Ist er schon drin Ist schon? Ich hab ein Ladebildschirm hier Achso Jetzt bin ich drin, ja Perfekt Was hast du jetzt alles? Ähm AKM UMP AKM UMP AKM UMP Hier ist noch ein bisschen AKM Muni beim Auto Visiere Ich lege dir auch noch hier ein bisschen UMP ist mit Rotpunkt Die AKM ist ohne Ich hab noch ein Holo Dann Wird ja auch noch Erste Hilfe für dich Ich hab sechs Erste Hilfe Packs Mucki Kannst du dann Erste Hilfe nach Bei dem Auto, Ach, Garage ist das, ja Verbände habe ich zehn, das war's Ja Ja, dann liegen noch Komm, 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 hier rüber Hier liegt was für dich Wie viel AKM Muni hast du denn? Okay 50 Ja, dann nimm den da auch noch Ahja, das Holo lege ich dir dann auch mit hin Ich brauchst noch einen Handgriff Wir bomben dich zu Ich bräuchte noch einen Silencer Hättest du eine SR Dann hätte ich einen Schalldämpfer für dich Dann hätte ich einen Schalldämpfer für dich Hättest du eine SR, dann hätte ich einen Schalldämpfer für dich Blau, mitten rein Ja, würd ich sagen, oder? Ja, entweder da oder vor die Menschen, äh, Mensen Mensen auch, ja Da waren wir eben mit Tommy Ich muss erstmal sicher runterkommen Ich achte mal ein bisschen drauf, wo die Zone hingeht Können wir zur Not den Fahrtweg ja noch ändern Ja, wo? Ja, hier vorne müssen wir jetzt überall vorsichtig sein Weil da ist das Flugzeugkuh beim Gangen Da ist das Flugzeugkuh beim Gangen Da war noch ein bisschen Oh, wir bleiben mittendrinne Hier bei Gelb Hä? Gelb Ja Ich hoffe, da ist keiner Obwohl Oder wir machen's fertig Also Türen sind zu Türen sind zu Ja, hier steht ein Auto Ja, hier steht ein Auto Ja, die sind da drin Ich hör auch was, ja Hier ist sauber Türen zu Dach, Tür ist offen Da oben Boah, mit einem Schuss? Bitte Haben zwei ihr Helm aufgehabt Ja Haha Wer kommt? Ja, da bewege ich mich jetzt gar nicht hier weg Oh Nein Klar Schade Schade Schade